Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Saints Row. Mann, das wollte ich gerade auch machen. Ja, mit dem Commander-Tut haben wir die Nahrung, die hat sich ganz schön. Oho, und ich habe mir dort schon einen Moment, wann ich gut bin. Verpiss dich! Meine! Nein! 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 So, dann gehe ich direkt mal in Kräfte, weil da kann ich dann schon wieder was upgraden bei Blast, nämlich bei Blast-Bereich. Ich glaube, ich gehe heute mal zu Dingsebumse. Zu Dingsebumse? Ähm, zu Dingsebumse. Zum Bekleidungs-Geschäft. Nein, ich hole mir erst mal Bargeld und dann gehe ich mal ein bisschen hier, äh, autotunen, autotunen. Oder wir machen einen Auftrag. Ja, lass uns mal einen Auftrag machen. Okay. Machen wir die Flucht oder, ja, die Flucht. Premiere-Ausgabe. Die Flucht. Warte, ich muss kurz was machen. Nee, hab ich ja schon. Bei Fahrzeuge, Fähigkeit Nitro, das mache ich jetzt mal. Habe ich schon, ha. Bandenge-Fähigkeiten, äh. Boni, kann ich bei Boni noch irgendwas machen? Weil bei Boni mache ich so wie nie was, okay, kann ich... Das würde ich immer als allererstes machen, weil Boni lohnt sich am Ende richtig. Ähm... Nur mal so als Randinformation. Machen wir Extras mal was, oder? Das sind ja die Herausforderungen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit so auf der Straße machen können, so wie der... Ja, stimmt. Ziel, dann machen wir die Flucht, ne? Ja, ich habe eine Tür gelegt, die sich aus dem Simulation rauskommt und zurückkommt in deinem Körper. Geht nach dir. Also, was ist das, was die Simulation mit dem Simulation zu sagen? Die gute Idee ist, dass sie nicht alle haben. Es ist nur ein paar Leute. Insofern, was ich konnte, die Simulation zu sagen, die Simulation zu haben, um die Besten und die Besten und die Besten von den ganzen Weltkriegen von den ganzen Weltkriegen. Die Besten und die Besten von den ganzen Weltkriegen? Wie groß ist das Ding? Hast du das Auto so hin und her gekickt, wo ich einsteigen wollte? Alter, ich bin durch die Luft geflogen mit dem Ding, oder das hat man bei mir voll gesehen, ich bin voll durch die Luft geschleudert worden, indem ich den rausgezogen habe. Bei mir sah das nämlich so aus, dass du voll dagegen gefallen bist, also gegen die Wand geflogen bist und so. Nee, Alter, musst du mal bei mir in die Aufnahme einziehen, dann. Ja. Ja, ich schaue mir jetzt sowieso jede Folge ein und schaue mir, wie ich mich anstelle. Und schaue, was du da so die ganze Zeit machst. Ich bin ja schon da. Alter, warte mal auf mich. Ja, du fummlst da die ganze Zeit mit deinem christlichen Auto rum. Hä? Was für Fummeln, Alter, ich bin hierher gelaufen. Halt mal das Maul da. Hier ist eine Tür. Wir müssen es gleichzeitig wieder öffnen, scheine ich wieder schneller fertig. Was für Fummeln, Alter, ich bin hierher gelaufen. Was für Fummeln, Alter, ich bin hierher gelaufen. Was für Fummeln, Alter, ich bin hierher gelaufen. Äh, zum Glück, welches von alleine zБ. Üziusennen. Ich binannt und sie habe schon ans смотрit. Unkönnen vorrangig laufen schätze sie hat das gemacht selber leise das ist sonst wo ich hier hin Oh, Alter. Es sinkt raus. Eee. It's gotta be an App-Platform. Ei, 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 ei. Alter. What the fuck? Alter. Alter. Äh, voll schleimig. Ich krieche, äh, also, ich krieche voran. Toll, du musst das ganze Zeug machen. Verdammt. Gib das mir. Oh, okay. Okay. Vorwärts. Von mir macht er wieder Breakdance und popp die Sachen. Okay, vorwärts. Okay, wir haben noch die Waffe. Äh, die Hölle, was ist das für ein Drogen. Ciao, ciao, ciao. Headshot, bitch. Ich muss die Waffe immer so ein bisschen abkühlen. Hier geht's lang. Zwei Headshots. Drei. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ähm. Nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich die Folge nennen. Muss man. Hier gerade. Ich hab gerade einen Screenshot gemacht. Alter, das wird doch fein. Ja, warte, ich mach auch noch einen Screenshot. Das wird doch ein Folgend-Thumb-Nail. Okay, so ist es besser. Warte, ich stell mich kurz an, das sind so. Ja, alter. Ich nenne die Folge zwei nackte Boobies. Ähm. Ja. Ganz toll. Oh, guck mal, wir können sogar springen. Die Musik ist ein bisschen laut. Oha, ich mach auch. Ah, bamm. O-la-la-la-la. Blablabla. Lass mal einen am Leben. Ich will den als Schild benutzen. Wir sind noch gar nicht so viele da. So. Nicht gut. Ich hab auch keine Fähigkeiten mehr. Ja. Zwei Nachgebrüche wollen flüchten. So nenn ich die Folge. Ah, heiß. Ach du Scheiß, jetzt kommen die auch noch mit Schilden. Alter, wie viele sind denn das? Saison, können sie mich hören? Well, hallo. Ich sehe, dass du einen nöbelen Weg hast. Entschuldigung in deiner Situation. Aber ich wünsche dir, dass du zurückkehren kannst. Der Wichser. Ah, Alter. Scheiße. Drecksding. Oh, Scheiße. Kinsey. Ich hab ihn. Geist. Ja. 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 Warum muss ich fliegen? Muss ich fliegen oder du fliegen? Müssen wir überhaupt fliegen? Müssen beide fliegen? Nein, ich muss fliegen. Nein, ich fliege. Ja, ich fliege auch. Müssen beide fliegen. Alter, was machst du? Ähm, ähm... Wenn mir Schwarzbild... Was war denn das jetzt gerade? Keine Ahnung. Jetzt... Du musst schießen. Ich fliege. Ah, okay. Brauche ich noch nicht schießen. Alter! Wie steige ich denn hoch? Keine Ahnung. Äh, ist doch scheiße. Vielleicht mit Steuerung und Shift. Da fliege ich ja schneller wie beim Auto. Hä, ist doch scheiße. Probieren wir mit Steuerung. Ach, mit der Maustaste. Natürlich. Aber sonst nichts besseres tun. What the heck? Oh mein Gott! Oh mein Gott! ich glaube das Fliegen ist schwieriger ähm Alter vor allem weil es hoch ist und weh ich runter oh das ist ja voll verwirrend oh ja hohohohoho hoffentlich können wir dann fliehen oh baller 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 war als ich glaube ich muss sie sich nicht es hat man gerade nicht erinnern er hat die Maschinen ist aber die Wiede und er hat mich Nürnberg er hat Ah, Mann. Alter, das ist noch mal alles und voll. Nein, jo, gut. Spin this ship, damn it. Spin this ship, damn it. Was ist das für eine Flieger-Kopf-Suppe? Alter, oh, hab ich ja, hab ich ja, hab ich ja, hab ich ja. Wenn ich mir das so allein schon vorstelle, Alter. Vor allem auch die Maus-Auffindlichkeit, weil ich es nicht voll komisch. Ich bin jetzt nicht voll komisch. Ähm. Ähm, 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 Alter. Ähm, was? Äh, jo. Ah, locker, easy. Probieren einfach die Musik im Bisschen. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir sind... Wir haben es geschafft. Wir sind nicht wirklich die anderen, sind wir? Hell, nein. Aber wenn wir die Kampfkarte zu Zinyak haben, wir brauchen all die Hilfe wir können. Kinzie, kannst du mit Oleg beherren? Ja, wir sollten in der Lage sein. Huh. Ich habe immer gedacht, Nightblade war nur Vampire Show. Oh, nein, mein Freund. Es ist die essence der Drama. Hey, du musst das nehmen? Du kennst jemanden mit dem 217-Erikot? Ist das St. Louis? Hm, wahrscheinlich sag mal, Margeta. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? No, fuck. Fuss. Oh, oh. Du hast du das Ding für mich zurück in der Simulation? Ja, ich denke, ich sollte... Mach es. Warte, du willst zurück in da? Du kannst nicht zinniack in einem Computer. Ich kann viele Menschen mit einem Computer. Du? Klar. Du musst die Hilfe auf die DBR. Oh, wenn du ein kleiner Teil der Simulation mit mir ledst, dich zu mir ledst, das ganze Ding hat das Ding zu tun hat, muss man etwas gut machen. Du wirst nicht wissen, was wird passieren. Sie wahrscheinlich macht es. Der Präsident ist richtig. Wenn die Simulation durchführende, habe ich ein kleines Fenster für die Zinn-Security-Network. Die mehr es durchführende, die mehr Zeit, die ich in der Zinn-Security-Netwicklung habe, Ich kann mich identifizieren Struktural-Weaknessen, lokalen wo sie unsere Freunde halten... ... und finden Zinn. Ja. Okay, wir machen das. Wenn Historiker zurückkommen auf den Fall des Zinn-Empires, dieser wird der Defining Moment sein. Ein Akt, das zu demoralisieren war, und galvanisiert. Und eine Sorte, die die Saints nicht mehr zurückkommen können. Aber noch mehr Monumental ist das. Wenn die Erde nicht verletzt wurde, Pragmatismus hätte über Desperation gewonnen, und die Saints nicht mehr mit dem gefährlichen Mann in der ganzen Geschichte. Johnny Gat. Aber wie immer, wie immer, bin ich vor mir. Wie alle guten Geschichten, der zweite Akt beginnt mit dem Anruf zu Aktien und dem Bildung eines Robotens. Jawohl. Die echte Welt geschafft. Was? Zwei tolchen Bunking. Level 6. Level 6. Gateway. Ja, ja, blablabla. Begleiter Keith. Alter, was? Begleiter Kinsey. Bandenanpassung. Alter. Viele noch. Alter, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich zerstört wurde. Doch, hast du ja gesehen. Aber ich fand, die Steine sahen etwas komisch aus. Da. Oh, ich hoffe es einfach mal, dass sie nicht zerstört ist. Du bist bei mir 3.000 Meter weg. In der Luft. Kleider Schran, Garage. Du bist bei mir, 3.000 Meter weg in der Luft. Echt? Bei mir net. wir haben wir können auch gleich schon wieder mit der nächsten folge beginnen eigentlich ja warte ich schaue kurz mal so was haben wir denn noch für upgrades ja gut jetzt sehe ich dich zwar nicht ah jetzt packst du da irgendwie rum jetzt bist du wieder da gut dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin tschüss